Wir sind mit der aktuell zulässigen Geschwindigkeit unterwegs. Da vorne gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die zeigt mir bereits mein Fahrzeug an. Durch einen Fingertipp übernehme ich die zulässige Geschwindigkeit, das Fahrzeug verzögert und ich habe genau diese Geschwindigkeit am Schild erreicht. I drive with the actual speed. My car tells me there is a speed limit coming up. I accept that speed limit and the car decelerates right on the spot. And now I reach the right speed at the sign. I accept that speed limit and the car decelerates right on the spot. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020